Ich bin eng. Mein Körper gehört nicht mehr mir und noch was er geht. Das ist gut zum sich ficken lassen. Der Kerl ist fertig. Der Druck in meinem Arsch lässt man. Das ist das. Oh, du leid. Oh, du leid. Ja, du bist jetzt vorbei. Genau so, du weh. Mach weiter. Jungs, komm mal. Ja, ja. F*** mich! Ist das gut, um sich f***en zu lassen? Absolutes Halteverbot! Bitte den Helikopter woanders! Hallo! LSD! Kann das nicht mehr! Los geht's und nach vorne! Was schüttelst du da, Omi? Sie schüttelt mich immer runter! Keine Eier! Ja, Kevin, genau so, genau so, ja, ja, ja! Das sollte ja auch keine Dings-Party sein, RP-Party-mäßig. Das Problem ist, ich sag euch ehrlich, es gibt ein Problem auf diesem Server. Es gibt zu wenig RP-Charakter. Das meiste RP ist an einzelnen Charakter gebunden und die Leute, die nicht so krasses RP machen, kommen irgendwie hier hin und denken, alles wird denen geboten. Wenn jeder RP machen würde, gutes RP, dann wär's ein W, dann wär's ein W. Ich kann das nicht mehr. Wir haben alle Freunde zusammen deine Mutter gefickt, Omi. Ihm macht es Spaß. Zu dem Song haben wir deine Mutter gefickt, Omi. Das ist gut zum sich ficken lassen. Du weißt! Ja, ja ja, ja. Ja! Ja, weh! Meh! Ja, ja, Juppi. Ja, ja, Juppi. Was sind die Gynt? Ach nur noch rein! Ich bin Tiger, dass du mich nur beruft hast und Bardo von zu! Das ist crazy. Ah! Es steht auch fertig! Ah, selber fertig. Hey, Alter, Sergen, mein Atom hat doch... Hm? Nochmal. Hey, was geht ab, Sergen? Sergen! Das bin ich! Ficken zwei, jetzt kommt Ficken drei! Es gibt sechs Teile! Ficken zwei, jetzt kommt Ficken drei! Oh, das geht ab, mein Bruder! Das ist crazy! Das ist so ein Song, Alter! Dieses Song wird verrückt! Ich würde es sehen! Er sagt, der Tanz. Ich weiß, dass er bald kommt. Er mag nicht in meinen Mund kommen. Er will, dass ich es im Gewicht habe. Er gibt mir ein Zeichen. Dann holt er ihn raus, wächst kurz und kommt auf mein Gewicht. Ich dachte, ich glaube, das ist es. Ja, jetzt kommen wir. Oh, Mann! Dann holt er ihn raus, wächst kurz. Boah, genau so! Guck mal, ich dachte, ich glaube, das ist es. Oh! Ja! Ey, die Arme, Bruder! Woh! Dann können wir tanzen ein bisschen. Ja? Was? Der Straße! Er fickt mit mir. Er schlusslich funktioniert. Und das überprüft er regelmäßig. Am Anfang hieß das Zureiten. Oh mein Gott! Oh! Kannst du das auch, Homie? Kannst du das auch? Kannst du das auch, Mann? Ich weiß, dass ich nachher Schmerzen haben werde, denn er ist viel zu groß. Zu viel will er in mich pressen. Das wird brennen. Ich werde nachher auf dem Klo sitzen und jammern, weil es wehtut. Nachher, wenn die Drogen nachlassen. Aber ich habe noch genug. Wir können weiter ficken. Weiter ficken, Alter! Weiter ficken! Hä? Wer ist auf dem Boden? Ja, so. Ja, so. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, ne? Hoppa! Ja! Das ist zwar ein Termin. Hey, Fingo! Was geht, Bro? Was geht ab? Luffy, die nächste Zone! Die wollen direkt an der Straße! Teil hier, Teil hier! Boah, das ist auch crazy! Boah, das ist auch crazy Moment, einen Arm Ist das Teil 4? I want it, throw Alter, Jungs, hier wieder hoch, Alter Ey, guck mal diese Schiffe an Ja, ich bin noch vor der Ehe Hoppa Ja Warte, Dufi, lass mich mal mit Leggings an die Stange Ja, ja, komm, komm, komm Wir gehen mal an die Stange Komm mit Oh, Dufi, komm auch lang Komm an die Stange Oh, ja Hoppa Hey, wie machst du das so? Warte, ich... Ja, Jimmy Ja Ey Ey Komm da hin Ja Ja Soll ich Wie ist Party? Komm her Es wäre auch noch mal so schlimm, wenn die Witzel Dürfen die Stangen ficken und sie schon nach 10 Minuten abspritzen würden Äh? Danach kommen sie meistens auf die wirklich dummen Ideen Dann hört sie dann wieder auf und wir können weiterfinden Gott sei Dank Das machen wir auch so lange Mann, 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 Mann Oh, shit Oh, shit Oh, die geht ja richtig auf Ja, ja Die geht ja richtig auf Oh, mein Gott Oh, mein Gott Was macht ihr hier? Von wem hat er das gelernt? Mhm Ja Mh Oh, da guckt der das Nein, 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 nein Wir sind doch hier, Mann Okay, sieht aus wie Gamer Ah! Waaat? Warte, willst du damit sagen, du hast ein Problem, wenn dir jemand gay wäre? Absolut. Wer ist schwulenfeindlich im Raum? Absolut. Wer sagt Absolut? Mit der roten Jacke. Was ist? Hast du was gegen Schwule, Mann? Nein, Mann, ich hab nichts gegen Schwule. Willst du mir einen blubbern? Keiner Motherfucker, Alter. Komm, ich blubber dir einen. Komm mit, komm mit. Okay, wo bist du denn? Wir wissen, heb die Hand. Ja, 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 komm her, komm her, komm her. Okay, ich hab trotzdem die Hand meine Scheiße. Hier sind so viele Männer. Hier, komm her, komm her, hier. Na, na, na. Nur der, der gepickt wird. Okay, du weißt, was du machst, ja? Ja, genau. Ohne Zähne, Sosa, ne? Ach, du weißt, ach, du Scheiße, Mann! Hey! 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 Sosa, chill mal! Alles gut, Jungs, alles gut. Party geht weiter! Party geht weiter, Mann! Hup, 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 hup! Was hast du gemacht, bei mir? Hä? So, was? Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Den hat er umgeschossen. Hä? Ich hab gefilmt. Ich hab gefilmt. Ich hab alles gelaufen. Ist alles. Hä? Oh. Alles gut, alles gut. Worldstar! Worldstar! Einmal hier durch, bitte. Oh, wow! Oha! Was geht hier denn ab? Yeah, 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 yeah. Ich kann mich nicht durch, Mann! Dann lass den Austrag. Ja, na, weiter geht's. Ja, zeig ihm, wie das geht, Gerhard. Guff, der allereste Arm am Erfolg. Guff, der allereste Arm am Erfolg. Guff, der allereste Arm am Erfolg. Wo ist er noch? Wo ist er noch? Wo ist er noch? Mh? Sind sie immer noch richtig? Äh, nö. Kann ich kurz mit ihr reden? Ja. Mit mir? Ja. Komm, komm mal rein. APE! Komm mal rein. Wie heißt du? Äh, Selina? Selina? Ich finde dich sehr, sehr attraktiv. Was gehört dir denn wieder auf? Bist du nicht verheiratet? Du hast auf unserem Anwesen geheiratet. Alles gut, lass dich doch mal hin, bevor ich... Warte doch mal! Was? Weißt du nicht, was du sagen willst? Ja. Ja, ich steh lieber ein bisschen. Ähm... Selina, eigentlich? Ja. Ähm... Was ist dein Sternzeichen? Jungfrau? Ich auch! Das glaub ich dir nicht. Wirklich? Wann hast du Geburtstag? 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 Chat, warst Jungfrau, warst Jungfrau! Wann hast du Geburtstag? Nein, nein. Ich möchte erst von dir wissen. Von mir, wann ich Geburtstag habe? Ja. Ey, Sang ist rassistisch. September! Warum so, dass du sagst so... September? Okay, Freunde! Jetzt kommt mein letzter Song! Du? Einmal alle nochmal abdampfen! 15, oder? Dings! Ja! Hä, hast du nicht grad noch die andere geklärt? Was für eine andere? Oh, mir geh raus, Mann! Raus! Das ist crazy! Ähm... Selina! Ja? Ich wollte dich fragen nach so einem Private-Dance! Ich hab dir heute gesagt, zweimal, ich tanze nicht! Ja, aber es ist ja nur unter uns! Wie läuft's? Ja, und? Ich tanze trotzdem nicht! Äh, wirklich nicht? Nein! Wir sind doch untereinander, das kriegt doch keiner mit! Ich will nicht tanzen! Selina, wirklich! Es ist, äh... Wir werden hier grad geschissen! Es ist wie, ähm, ein Geschenk! Weil... Weil du heiratest! Soll ich jetzt für dich dran? Ey, was machst du? Genau! Auf gar keinen Fall! Warum? Du heiratest doch! Die arme Frau! Ja, aber das ist doch normal! Wer heiratest du überhaupt? Das ist doch normal! Wen heiratest du? Äh, Aliyah heißt sie! Weißt du das ja? Aliyah? Das ist ein sehr schöner Name! Und wo ist die? Äh, wo sie ist? Ja! Es ist doch egal! Sie ist nicht da! Sie ist, äh, Dings! Hä? Und war das nicht die Dame, von der du grad die Nummer eingesperrt hast? Ich wurde hier eingesperrt! Oh mein Gott! Hä? Junge, lass mich hier raus! Hier... Ist das so deine Nummer, dass du zu Frauen gehst und die Nummern kennst? Nein, nein, nein! Das ist, ähm... Sie ist hier wegen... Ja, ich merk schon! Sie ist wegen den Tänzer... Sie hat mir die Tänzerin besorgt! Nein! Selina, hast du mir die Tänzerin besorgt? Sie hat sich hier eine Tänzerin besorgt? Nein, also guck mal! Ehrlich gesagt war hier grad so ein Mädel... Und ich hab die besorgt, dass die tanzen soll, und er hat aber gesagt, nee... Das hat mich grad bisschen genervt, deswegen... Weil er hat grad gesagt, er möchte nur einen Tanz von einer mit rosanem Hand... Nimmt's halt eigentlich von 1 bis 10? Ja, natürlich! Weil ich hier auch tanzen werde! Die hat halt rote Haar... Die Tür wieder zumacht... Und das gefällt dem nicht... Egal wo rein... Im Kopf ist nichts... Oh... Ey, ey, ey! Das war was... Wegen was anderes... Wegen was familiärem... Ähm... Ich stand daneben, du Vollidiot! Komm mal mit, komm mal mit! Weißt du, was noch viel schlimmer ist? Was? Wie heißt die? Wer? Das Mädel! Welches Mädel? Mit den pinken Haaren! Achso, Selina! Was? Ach! Warum? Ja, das ist dieses... Sie möchte gern, Selina! Achso, okay! Selina 2.0! Okay, kennst du auch diese Stellung? Ja! Zeig mal! Habe ich nicht gesehen! Nee, andersherum! Andersherum! Nee! Ich will dir ja nicht mein Po entgegenstrecken! Nein! Nur um zu sehen, ob's... Ja, äh... Alles gut! Naja, Selina... Ja? Geben wir jetzt was essen? Ey, du hast ne Frau, du Vollidiot! Oder ne Verlobse! Für Musik! Ja! Deswegen ja! Ich bin verwirrt! Deswegen ja! Was essen nur! Ja, können wir machen! Okay! Hast du denn so'n Burger? Ja, genau! Ja, ich... Ich würde dich dann später kommen! Später? Ja, später! Wann denn später? Weiß ich nicht! So ne halbe Stunde? Warum? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Thomas Sosa! Ja! Ich dachte eigentlich, du bist ein feiner Kerl! Bin ich auch! Hä? Aber ich habe jetzt gesehen, was du für einer bist! W-w-w-w-w-was ist denn los? Guck mal! Lösch einfach meine Nummer! Ich möchte dich nicht mehr wiedersehen! Ja! Ich lösche deine Nummer! Happy Birthday! Er hat mich gerade auf einen Burger eingeladen! Herzlichen Glückwunsch! Ey! Mach dabei jeder Zweiten! Ey! 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 So einer bin ich nicht! Selina! Du bist ja noch da! Guck mal! So bin ich nicht! So wie sie dir das dasteht! Falscher Moment, Homie! Falscher Moment! Lina! Hallo! Mhm! Wieso gehst du mal fremd? Hä? Was passiert hier? Ich bin nicht so einer! Was passiert hier? Wie du meinst? Alter! Warum heulst? Selina! Was hast du gemacht mit dir? Nein! Sie heult, ey! Ich habe gar nichts! Ich habe gar nichts gemacht! Selina! Sie weint doch gar nichts! Ich bin Single! Warum? Ich habe doch gar nichts! Sie heult raus! Warte mal! Was passiert? Sie wollten doch nur einen Börer essen gehen! Wo ist denn das? Was passiert denn hier, Alter? Ich habe ständig gehört! Sie ist gerade rausgelaufen und ist am weinen! Nein! Und sie meinte, sie möchte mit... Ähm... Komm mal hier! Warte! Die Musik ist aber so laut! Egal! Hier können wir erstmal reden, oder? Also was passiert? Ich will bitte mal wieder aufschließen! Dann würde ich lieber draußen reden! Äh, können wir auch! Bevor du mich hier gleich auch abschiebst! Nein, nein, nein! Mach ich nicht! Also was hast du jetzt für einen Einblick vor... Für... 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 Ich bin ein großer Investor hier im Stadt, weißt du? Ich habe eine Tierschutzpartei. Natürlich. Also, Selina, ich bin nicht das, was du denkst, auf jeden Fall. Natürlich nicht. Deswegen bist du schon einmal verheiratet. Natürlich zwangsverheiratet. Ich bin doch nicht verheiratet. So traurig, wie du auf der Hochzeit warst. Ich bin nicht verheiratet. Chat, ihr seid dumm im Leben. Guck mal, das ist das Problem bei euch. Sag mal dein Handy. Ich möchte dann sehen, wie viele weibliche Kontakte du auf deinem Handy hast. Dann können wir es vielleicht weiterreden. Oh, was habe ich für mein Foto bekommen? Ekele. Ja, schau. Ja, guck, 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 guck. Wir gehen einmal durch. Amsterdam, Bilal, Breitenberg, Kalito, Cedric, dann haben wir hier Curtis Jackson, DJ Bundy, Doofy, Echo, dann haben wir hier Franz, dann haben wir Hartmann, Hasch, einen, den ich als Hurensohn eingespeichert habe. Achso, willst du mir gerade sagen, du hast gar, warte, ich gucke genau auf dein Handy, du willst mir sagen, du hast überhaupt gar keine Frauenkontakte. Doch, Esmiralda zum Beispiel heißt sie. Aber die arbeitet für mich, ist meine Mitarbeiterin. Dann haben wir hier noch eine, ähm, eine Jasmin. Ich bin ja auch ehrlich, dann haben wir hier Kevin, dann haben wir hier, ähm, Lightcoin. Das ist Zoes Nummer. Zoe, ja Zoe, aber mit Zoe, ruf Zoe jetzt an. Okay. Ruf sie an und frag, ob wir befreundet sind. Also, willst du mir sagen, wenn ich sie frage, ob du sie schon mal angemacht hast, dass sie nein sagt? Ja. Okay, ah, sie ist nicht wach. Glück gehabt. Wen hattest du noch? Eine Esmiralda. Was ist jetzt mit Alia? Ja, Alia ist halt so ein Ding, ich wurde zwangsverheiratet, weißt du? Okay, dann frage ich sie. Nein, 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 dies ist doch, das ist, ähm... Was ist das? Das ist, ähm... Ja. Bei Alia ist das Problem, die ist gerade, äh, im Krieg. Hallo, Alia. Ja, meine Frage, bist du noch verheiratet? Glücklich? Aha, okay. Ja, alles gut. Ihr habt Krieg, ne? Achso, ihr habt keinen Krieg. Aha. Ja, weil Sosa hier nach Nummern fragt und fragt, ob man mit ihm essen gehen möchte. Er sagt, er wurde zwangsverheiratet. Ich dachte gerade, ihr seid getrennt. Okay, Adia. Ich glaube, damit ist das Spiel auch beendet. April, April. April, April. April, April. April, April. April, April, April. Kreis. Ey, 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 Selina, April, April. Ä, April, April. Ich steck dir nein. April, 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 April. April, April. Selina, April, April. April, April, Selina, April, bitte. April, April. Wofür? Vor der Baum kriegt. Ja. Wir haben ja noch eine Rechnung offen, ne? Was für eine Rechnung? Hast du mal gesehen, wie mein Laden ausschaut? Was für eine Rechnung? Von wie viel? Ich habe sogar einen auf den Kopf bekommen von deinen Männern. Ja, warte kurz. Ich schlage bewusstlos auf den Boden. Ja. Warte kurz. Ja, Tante. Ja, 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 Tante. Okay, ich mache die Wäsche. Ich mache die Wäsche. Ja, ich muss ganz schnell los. Ganz schnell, ganz schnell. Oh mein Gott. Schnell weg hier, Mann. Schnell weg hier, bitte. Bitte, bitte, fahr weg, Mann. Fahr weg, Mann. Wohin soll es gehen? Alles gut, Homie. Hab mich verweht. Okay, ich habe eine schöne Nacht. Fahr mich irgendwo hin, Mann. Fahr mich, warte, ich markiere dir. Ihr sagt. Hier. Ey, soll ich es dir auf die Stelle? Nee, doch nicht. So bist du aufgehauen. Was hast du gemacht? Ach, Homie, Alter. Frag mich. Hey, Gal, ich danke dir, ja? Ja, gerne, gerne. Ciao, ciao. Nachricht von Alia. Wir müssen reden gleich. Okay, Chad, ich brauche Ausreden. April, April zieht nicht. Trust me, April, April hat nicht gezogen, Chad. April, April hat nicht gezogen. Okay, wir rufen Kiran. Ich muss unbedingt auf Klo, Alter. Ach du Scheiße, warte. Ich darf nicht. Als ich jetzt gehe. Okay. Ich synthesize gallery. grows vamos. Okay. Okay. Warte. jagtit Gud. Das ist her,يف? Jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay Du hast das Video geschickt, aber war dann schon weg Ich hab's versucht, man, ich hab's versucht Und außerdem bin ich nicht mehr bei dieser Party Ich hab das Video nun bekommen und hab's direkt Mama geschickt Diese, diese Selina ist krank im Kopf Die wollte mich klären, ich hab ihren Kopf gegeben, Mann Ich wollt's nur gesagt haben Adios, Susa Adios Ja? Kira, wir müssen reden, wo bist du? Äh... Okay, bis dann Bis dann, ciao Ciao Ja, bei mir geht's Ja, bei mir geht's Oh, wie ist das? Die ist Ja, hey, Selina, wir wollten doch noch was essen. Du Stück Scheiße, ich will mit dir nichts mehr essen. Warum? Wie, warum? Ich dachte, wir haben noch sowas wie ein Date. Ähm, also der Moment, an dem du weggerannt bist, dieser Selina, 2.0, und rumgeheult hast, war der Moment, in dem ich gemerkt habe, du einfach nur ein kleines Kind bist. Warum? Ja, das ist einfach so. Selina, wir sprechen uns noch. Ja, ich habe ein bisschen was zu tun. Ich habe es genau gemerkt. Alles gut, Mann, nicht alle Männer sind so. Okay, bist du 12? Warum? Du bist 12. Nein, ich bin 21. Okay, 12 für mich. Warum? Nee, für mich. Und dann? Los! Haben wir dann ein Date? Ja. Ich glaube dir irgendwie nicht. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin später für dich, ja? Okay. Okay, ciao. Selina, April, April. Ja, April, April. April, 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 Alter, Mann. Ey, zum Glück warst du nicht angebissen. Du bist wirklich nur die reale Freundin zu Ali, Alter. Wie geht es dir, Mann? Was machst du da? Ich fahre mit Partnern rum. Jetzt schon. Ja, grüß dich schön von mir. Ja, war nett, dich trotzdem kennenzulernen. Vielleicht können wir ja so freundschaftlich, weißt du? Ja, natürlich. Ich merke nicht mehr was. Okay. Ciao. Tschüss. Ähm. Ey, du weißt nicht, was ich für eine Rolle in meinem Auto habe. Ey, wo bist du? Ähm. Hier ist, äh, der Cousin von, äh, von, nein. Von, von, wer? Der Cousin von, nein. Der Cousin von was? Von, nein. Von, nein? Ja, ja, ja. Der ist gerade ins Ausland geflüchtet. Wo bist du denn, der Cousin von, nein? Der kommt in zwei Wochen wieder. Oh, hallo? Äh, hallo? Ja, Tante von, nein. Er ist, äh, der Cousin von was angekommen ist, komm wieder ins Five Wochen. Äh, hallo? Wer ist da? Ja, ist, äh, der Kleine Bruder von Leih. Komm wieder ins Five Wochen. Ja, ich komm wieder in zwei Wochen. Komm wieder ins Weine. Ever? Vielen Dank. Scheiße, diga. Ray wird weit gepackt einfach. Ja, hallo? Hey, warum rufst du Vater? Weil hier ist Vatervary. Warum rufst du an die ganze Zeit? Äh, wo ist Ray? Er ist in der Heimat angekommen gerade. In der Heimat? Wenn du willst, wenn ich sprechen, bring mir ein Coca-Cola-Fanta-Sprite. Shhh. Dieser Typ, ne? Oh, 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 oh. Hallo? Alea, was machst du? Sosa, wir sind kurz an einer Besprechung. Was machst du, Arschloch? Warum Arschloch? Sosa, was machst du, du Arschloch? Sag mir, wie war dein Tag heute? Sag mir, wie war dein Abend? Erzähl mir. Relativ entspannt alles. Relativ entspannt, okay. Ja, aber ich bekomme eine Nachricht. Ne, 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 ich kriege einen Anruf. Bist du eigentlich noch mit Sosa? Hab ich gesagt, ja, natürlich. Dann meint sie so, ja, okay, weil wir sind. Er ist gerade dabei, Frauen nummer zu klären und alles. Bla, 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 dies, das, das, das. Was? Mach jetzt dich auf überrascht. Mach dich auf überrascht. Weißt du nichts davon? Nichts. Wir müssen uns sprechen. Ich hab heute sehr viel Scheiße gebaut. Okay. Okay, machen wir gleich, okay? Okay, ich melke mich sofort bei dir. Okay, okay, okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Okay, wir brauchen, wir brauchen April, April. Ich brauche Park... Hey, Ray, bitte, man, du musst mir helfen. Ich bin hier die, 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 ähm, der Onkel. Moin. Wie, der Onkel, Mann, Obi? Ich hab mit deiner ganzen Familie schon geredet. Ähm, ja, der, der, der kommt gleich. Der ist gerade am Duschen. Der ist gerade angekommen beim Flughafen. Der ruft gleich an, eine Minute. Ich bin wieder da. Ich hab einfach Telekom geworden, Alter. Ja? Ey, ähm... Was hat die Sisselina noch gemacht? Pass auf. Ähm... Ey, ich brauch, ich brauch die Sisselina. Pass auf, pass auf ganz kurz. Ich hab gesagt, Sisselina hat sich an dich dran gemacht. Die hat ihren Arsch an deinen... Die hat deinen Arsch an dich so ein bisschen geraten. Wolltest du nicht was vorspielt? Und hast dann gesagt, du gibst nur Alia und so. Zeug, ne? Ja? Und sie hat gemeint, okay, gut, bla bla bla. Und dass sie aber gern nochmal zu viert reden möchte. Aber ich kann jetzt gerade nicht. Wer, wer wird zu viert reden? Sag einfach, sag, sag auch einfach, dass Selina sich an dich dran gemacht hat. Ich hab ihr das auch gesagt. Fertig. Okay. Die ist jetzt nicht so hell, dass die, äh... Ja. Wer ist nicht so hell? Bis dann, ciao. Äh, ciao. Äh, nur das ist doch so sauer. Ach, Mann. Äh, hallo. Hey, Kollege. Wer ist da? Äh, Alvarus und Heng deine Arbeitskollegen. Ah, was geht ab, Jungs? Ja, was tun wir bei dir? Alles gut? Oh, nicht alles gut. Wie immer, zivil unterwegs. Ja, wir haben uns auch dafür entschieden, tatsächlich mal den Job Job sein zu lassen. Echt? Jetzt habt ihr gekündigt. Nein, wir sind außer dir unterwegs. Ah, echt? Okay, stark, Alter. Ja, musst du auch mal sein. Ja, wichtig. Ich meine, auch mal was anderes machen aus Arbeit. Ja, ja, Ray? Ja, ich bin gerade angekommen, in Taiwan. In Taiwan? Wie, du bist in Taiwan? Ja, ich wollte mal kurz Urlaub machen. Ich hatte das Gefühl, die Leute wollen meinen Arsch. Okay, äh, ciao. Wie? Ja, was machst du? Wie in Taiwan? Was machst du in Taiwan? Ja, ich wollte nur Raub. Ich hatte Lust, ich bin wieder zurückzugehen, ja. Javi, weißt du, was gerade für Action abgeht in der Stadt? Ja, ich hab mich auch, ähm, etwas wieder beruhigt. Ich bin halt nicht mehr so den Fokus auf Frauen und so. Also, wenn du nach Frauen so, also, da ist auch nicht mehr. Das ist nicht mehr so mein Ding. Ich hab mich geändert in Taiwan. Du, äh, echt? Ja, ja, ich mach jetzt, ähm, ich, ich pflanze jetzt Karotten an. Karotten? Ja. Wie, mein, Homie, du kannst doch nicht einfach so weggehen, ohne Ciao zu sagen. Ja, ich komm doch wieder. Ich mach nur kurz Urlaub. Ich bin bald wieder da. Ich hab nur alles. Wann bist du denn wieder da? Weil man weiß, vielleicht bin ich auch da. Vielleicht bin ich nicht da, man weiß nicht. Ja, ich hab nichts. Homie, hast du irgendwas zu verbergen? Nö, eines nicht. Lass uns treffen, Homie, schick mir den Standort. Ich bin im Zweigenschutzprogramm. Wie, was? Ja, ich hab Polizeischutz. Wer sucht dich denn? Irgendjemand, ich weiß nicht, aber ich bin im Polizeischutz. Wie Polizeischutz? Ja. Ja, ich ruf den Mann an und frag mal. Nee, 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 frag nicht. Alles gut, ich bin doch bei der Polizei. Ich guck mal kurz in die Akte. Bis gleich. Ja, ja.